31 Sekunden geht's. Ok, naja, nicht jetzt abspielen wegen gesagter Aufnahme. Nee, das hörst du ja nicht. Achso, sieht man da so, weil es wirklich Webcam-Aufnahme. Nuh-uh. Nur sie wird's hören, weil nur sie den Stream im Moment anschaut. Ich hab's aber auch gehört. Oh, verdammt, ich lebe das Video. Ich hör das. Ok, jetzt hör ich's nicht mehr. Ich hab mir auf Gott gemutet. Achso, ja gut, das ist eindeutend. Alter, ich will... Sagen wir mal, komm, warte, ich... Ich tu dich kurz da was zu helfen. Ich tu dich zu den Zäunen hin, Typ. Warte, ich bin... jetzt kannst du gerne mal zuzäunen. Ach, scheiße, ich kann da noch nicht mal mehr hin. Okay, du musst es selber hinkriegen. Sorry. Warum kannst du nicht die Intelligenz zurückspielen? Mh-mh. Das wäre eine gute Erleichterung gewesen, wenn du mich da oben schon hin teleportiert hast. Das ist ja eigentlich nicht jedes Mal die scheiß Zäunen hoch. Jetzt hast du mich wieder. Entschuldigung. Das ist verständlich irgendwo. Tut mir leid. Weißt du, du versuchst dir den ganzen Zeit immer kurz zu machen. Ich tue den ganzen Zeit mit dir das Schreiben. Ja, ich weiß, was ist für deprimierend. Mit der Tippen hört man irgendwie mal am lautesten. Entschuldigung. Das ist ja nicht so schlimm. Also hoffe ich doch mal. Wenn es natürlich jemanden stört, dass das jetzt... Natürlich, ich habe solche scheiß Legs, wo der beim Sprinten wackelt. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Toll. Nee. Kannst du mich bitte einmal darauf teleportieren? Äh, äh, äh. Ja, gleich. Warte. Ein Versuch mache ich noch und danach ist extrem nett. Okay, jetzt darfst du, wenn ich gelandet bin. Das ist dann echt... Wie gesagt, ich... Dieser Chat... Dieser Chat einfach... Nochmal bitte. Also nochmal eine Lieferung für den lieben Herr Homi. Okay. So. Wie sag ich, ich war ja schon im Grunde genommen da drauf. Ach, den Sprung hier rüber hätte ich auch noch machen müssen. Halleluja. Na ja, scheiß drauf. Wie geht's weiter? Ah, ja, genau. Was steht da drauf? Komm. Nein. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Was steht da drauf? Kannst du mal einen Tag machen? Now about some freestyle. I'm six. So. Jump, but didn't... Don't move. Muske. Scheiße, ich habe mich bewegt. Mountain Climb. Du kannst sich noch nicht mal nicht bewegen. Ja, was kann ich denn? Ja, was kann ich denn? Eben soll ich auch fahren. Was kannst du? Hm. 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 Wir wollen ja nicht die Klappe zu weit aufreißen, ne? Ich habe mich noch nicht mehr gesehen. Weil you do das Spiel. Du stehst extrem gut im Weg. Höh. Oh, geschafft. Ah, ich habe es auch. Hau ab. So. Oh. Au. Höh. Ich will nicht. Du willst. Gib. Ich bin zum Götter. Oh Gott. Markus, wie kannst du? Hier geht es noch nicht mal weiter. Warum springst du in die Richtung? Ja, ähm. Ich bin da runter gefallen. Du. Ach, da hinten ist weiter. Wo geht es denn jetzt weiter? Hier lang. Da wo du lang läufst. Jetzt gerade. Gehen wir aus dem Gesicht? Fuck. Links, rechts, links, links. Okay. Nein. Oh. Nein. Nein. Du hast mich abgelenkt. Hau ab. Alter. Du hast mir gerade mein Knie ins Gesicht geschlagen. Aber ich muss sagen, hier bin ich doch immer die ganze Zeit in deinem Nähe. Ich weiß also, dass ich nicht schlechter bin als du. Ich weiß auch gerade nicht, wie ich da sitze. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Was steht hier? Homesweet home. Betten. Drafting table. Was ist da drin? Ah ja, genau. Breaking window. Walkthrough. Äh, das darfst du vorlegen. Okay. Dann einmal. Glas brechen. Dann lass mal sehen. Äh, erinnere dich. Selbst wenn du in Adventure Mode bist oder halt Peaceful Mode, du kannst immer noch Gläser zerstören. Äh, aber zerstören nicht alle auf dem. Oder du wirst fest sitzen. Also, wenn du jetzt was falsch gemacht hast, sitzen wir fest. Ach, das sind die irrsinnende Lösungen, wie man es machen muss. Soll ich das auch vorlesen? Äh, ja. Okay, wir müssen das hier oben hinkommen, aber das undere jetzt nicht kaputt machen. Wir müssen jetzt hier, warte, genau hier so. Und dann hier so. Wobei, ja, genau hier muss man denn. Warte, gibt es da drinnen überhaupt Falltüren? Tyler, das gehört. Können Sie hinschauen. Kannst du nicht, in der anderen Osm springen? Auch. Äh. Der Someone, kidz, kidz. Okay. Hitze. Oh. Äh, unter dem Haus ist ne Kiste. Wieso soll man da hinkommen? Frag mich? Du hast keine Festlegungen. Nee, doch nicht. dessen ist kann man nicht um die sagt es ist nein marcus wir tun nicht rumbaggen hätte ich gerne wenn er schon geht es so das ist auch nur element was ich hasse schiften ich kann mich viel springen aus der schilder kann sich kaum vorstellen wie schwitze zu ernähren ob es erst mal drüber laufen so lebt sie eigentlich noch schon zu lebt sie noch lebt sie noch das war das letzte mal hier ich stehe hier oben okay mir nur an mich in der luft springen geht nicht was werden jetzt irgendwann wenn man sich das jetzt verbaut hätte dann hättest du beide gläser hier wo ich gerade stehe zerstört dann hättest du nicht mehr hochkommen können ja und dann könnten wir nicht weiterkommen und dann ja was ist das für ein sinn dazu für die map du darfst nicht schieten aber du darfst doch nicht weiter spielen kannst nicht weiter spielen das ist ja wenn du wenn du so blöd bist und alle gläser einfach mal so zerstörst du bist einfach zu blöd du müsstest du alles wieder von neu machen es gibt auch welche die sowas machen ja die heißen markus warum ich könnte auch den normalen game mann hier herr händler kann man auch sie ist doch es ist ernsthaft zaunsprünge sein und noch um die ecke also schwer sind ich weiß nur eines und wir haben jetzt von direkt bei uns warte warte ich ja schön dass du auch nur da stehen bleibst tschuldigung versuch mal so weit weg zu schiften dann sterben erstmal drüber springen kein problem hallo hallo versuchst ungefähr hier zu stehen wo ich gerade stehe genau so und dann also nicht sprinten einfach nur leicht um die ecke leicht und geschmeidig du das lässt sich so einfach sagen einfach schlimm ist ich versuche immer noch mit latteste manchmal zu sprengen da so ich habe es geschafft ja ich habe es auch nicht du darfst auf jeden fall nicht die ecke behören einfach gut und du musst halt stark um die ecke kommen also wenn ich schifte mal zu weiten so dass ich dann nicht mehr abspringen kann anscheinend du musst ungefähr von hier warte weiter weiter zurück ja und du darfst halt nicht die ecke prüren 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 du darfst die ecke nicht prüren das sagt sich so einfach mal noch schon ungefähr so kurz blag 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 ob wir das today noch schaffen gesundheit bäh gesundheit tschuldigung ich habe vergessen mich zu mir das ist kein problem bei dir muss man das ja machen sonst wird man umgebracht ja klar ja stimmt nach der aufnahme meckere ich ihn nochmal voll ey du hast dich nicht gemütet aber wusstest du eigentlich dass dass man laut dem knigge eigentlich nicht mehr gesundheit sagt von niesen sondern den haben wir schon die ganze dass man eigentlich noch äh dass man als niesen da entschuldigung sagen muss eigentlich schon okay ich auch wir haben knigge schon oft genug jetzt in den nächsten letzten wochen gemacht okay aber was ist knigge äh was ist sag ich schon was habt ihr denn von knigge zum beispiel gelernt alles sitzen forzen ja okay kann ich da drin sehen ich berühre immer die ecke an du wirst du ich werde mich doch veräppeln ich habe ihn ja nicht mal mehr ins fenster rein oder was nein ich habe beim kauf geschlagen nein aber das ist immer jedes mal wenn du runterfällst ist voll deprimierend nutzt du eigentlich ein texture pack nein okay ich habe es auch letztens erst wieder neu installiert also ach so mit letztens meint es bestimmt heute ja also ok ja gut ja heute erstmal für die andere angeschrieben ey hast du eigentlich wieder lust und so auf minecraft adventure map man so und also erstmal nee server scheiße und naja gut ich mach's denn doch und naja ich hätte ja sonst noch andere Vorschläge gehabt ach nee was machen grad die julia so so jetzt hab ich sie gefragt du kannst du kannst ja deshalb mal ne aufgabe für mich machen ähm gib mal also mach mal internet auf oder beziehungsweise hast ja internet offen und äh gib mal ein äh zungenbrecher und versuch mal ein paar zungenbrecher vorzulegen äh wie wärs mit nein komm schon das ist ne beschäftigung für uns beide ich belustige mich und äh du tust halt äh ding ins hof nachspielen wie wärs mit nein ach sehr gut dann lies unnützes wissen vor oder so nein oder porte mich gleich wo nein ich kann mich noch nicht mal wiederbeleben das ist ein einfacher sprung einfacher sprung einfacher sprung einfacher sprung